Karl August Farnhagen von Ensel war ein deutscher Chronist der Zeit der Romantik bis zur Revolution 1848 und dem sich anschließenden Jahrzehnt der Reaktion. Außerdem Erzähler, Biograf, Tagebuchschreiber und Diplomat leben. Karl August Farnhagen von Ensel wurde 1785 als Sohn des Arztes Johann Jakob Farnhagen im damals bergischen Düsseldorf geboren. Als Kind geriet er aufgrund von Aufenthalten am Rhein, in Straßburg, in Brüssel und in Hamburg in den Umkreis der Französischen Revolution. Der Vater neigte der Politik zu. Der Sohn wuchs eine Zeit lang fern von Mutter und Schwester auf. Als 1-4-Jähriger erlebte Farnhagen von Ensel in Hamburg den nach kurzem Siechtum eingetretenen Tod seines Vaters. Er studierte an der Pepiniere der Medizinischen Akademie in Berlin, drei Jahre lang, sowie in Halle und Tübingen. Als Hauslehrer und Hofmeister sowie Erzieher bei Familien des jüdischen Bürgertums lernte er früh Jüngere, aber schon teilweise prominente Zeitgenossen kennen, so Adelbert von Chamissus, Justinus Kerner, Friedrich de la Motte, Fouquet, Ludwig Goland und zahlreiche andere Dichter der Romantik. Mit einigen von ihnen gründete Farnhagen von Ense den Nordsternbund und beteiligte auch seine Schwester Rosa Maria an seinen Anthologien. Als Offizier in österreichischen, später in russischen Diensten nahm er an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil. Für seine Verdienste als kaiserlich-russischer Kapitän in den Befreiungskriegen wurde ihm vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. am 28. Dezember 1814 der Orden Pur-le-Merit verliehen. Später begleitete er Hardenberg zum Wiener Kongress und nach Paris. Er wurde 1815 zum preußischen Gesandten in Karlsruhe berufen, aber 1819 demokratischer Neigungen verdächtig abberufen und ließ sich darauf in Berlin nieder. 1813 wurde Farnhagen von Ense Mitglied im Bund der Freimaurer, seine Mutterloge war die Freimaurerloge zur Goldenen Kugel in Hamburg. Am 27. September 1814 heirateten er und die 14 Jahre ältere Literatin Rahel Levin. Er war ihr ein lebenslanger, verständnisvoller Partner, der auch weiter ihr Werk pflegte. Nach ihrem Tod 1833 gab der Witwer die Auswahlsammlung mit Briefen und Tagebuchauszügen Rahel ein Buch des Andenkens für ihre Freunde heraus und sammelte die von ihr überlieferten 6000 Briefe sowie weitere Briefe von und an 9000 Personen. Zusammen mit weiteren eigenen oder durch Schenkungen, Tausch- oder Kauf erworbenen Autografen schuf er so die Sammlung Farnhagen. Seine Nichte Ludmilla Assing wurde seine Universalerbin und gab die Tagebücher Farnhagen von Enses sowie zahlreiche weitere Bücher dieser Sammlung heraus. Testamentarisch vermachte sie die Handschriften, Bücher und Bilder der Königlichen Bibliothek zu Berlin, die im Frühjahr 1881 in deren Bestand aufgenommen wurden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bibliothek nach Schlesien ausgelagert, weshalb sich heute die Handschriften in der Bibliothek Kajagylonska, der Bibliothek der Jagilonen-Universität in Krakau, die Bücher und Bilder indes in der Staatsbibliothek zu Berlin. befinden, die im Herbst 2007 durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Farnhagengesellschaft restaurierte und mit einer Ruhebankfaserhene gemeinsame Grabstätte Farnhagen von Enses und seiner Frau befindet sich auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof wie als Ehrengrab der Stadt Berlin in Berlin-Kreuzberg. Schriften Testimonia auctorum de Merkelio, das ist Paradies Gertlein für Galib Merkel Hammer, Köln U.A. 1806 Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf Geschichte der Kriegszüge des Generals von Tettenborn 1815 Biografische Denkmale Fünf Bände Graf Schlabrendorf Amtlos Staatsmann Heimatfremdbürger Begütert am Züge zu seinem Bilde In Historisches Taschenbuch Dritter Jahrgang Leipzig 1832 S 247-308 Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften Sieben Bände Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften BD 8 und 9 1859 Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden Anonym erschien 1823 HSG Rahel Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde Digitalisier und Volltext im Deutschen Textarchiv BD Digitalisier und Volltext im Deutschen Textarchiv BD Digitalisier und Volltext im Deutschen Textarchiv BD 3 Biografien verschiedener preußischer Generäle Tagebücher 14 BDE 1861-1870 Blätter aus der preußischen Geschichte Aufzeichnungen von 1819-1830 5 BDE 1868-1869 Briefwechsel mit Alexander von Humboldt 1860 Briefwechsel mit Fürst Pückler Briefwechsel mit seiner Frau Rahel Briefwechsel mit Kollege Emergencybücher cultura mit parkina